Der Sommer gibt alles, teilweise ist es ganz schön heiß und schwül und die Tage werden langsam wieder kürzer. Anixa hat diese Woche wieder ein buntes Programm, damit Sie Ihr verdientes Päuschen genießen können. Nach dem Klick auf den gelben Knopf der Fernbedienung geht es ab Donnerstag, den 5.8., in die Welt der Filme. Wer leichte Kost mag, kommt wie gewohnt bei unseren Romantikformaten und Komödien voll auf seine Kosten. Bei dem Thriller Der Mandant werden die Nerven ganz schön strapaziert und bei dem Actionfilm Taken 3 kommt man ganz schön ins Schwitzen. Außerdem verspricht das Biopic Marlene tiefe Einsichten in das Leben der berühmten Schauspielerinnen. Sie sehen, Anixa einschalten ist ein Garant für gute Unterhaltung. Schalten Sie ein!